Und ich weiß auch nicht wer es ist, das ist schlimm, warum hat der mich alle allein gelassen? Oh Gott, der ist hinter mir. Wo ist er? Wo? Ach da, guck mal! Hi. Okay, ich muss sagen, der Witz, ey. Okay, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Das ist ein letzter Fehler. Oh, sie hat nicht was lustiges Totes. Okay, mach ich. Aua! Weißt du, der Witz ist, die live übertragen ist, verzögert zu dem, was ich höre. Ja, ich mache es doch schon, ich bin doch schon einfach dabei, ich kann nicht genau. Holt sie jetzt gerade oder was? Ne, sie legt nur den Gekanzen. Ja. Ja, ist gut, dann mach doch kaputt. Ja, lass mich mal eine Lampen holen. Mach die nicht kaputt. Ja, ich hole sie mir. Ja, ich hole sie mir. Ja, vielen Dank. Ich danke ihnen. Ich war das, was ich hier schreibe. Mit der eine Lampen. Wir brauchen das doch nicht. Oh, ich glaube. Oh, nein, sie hat niemanden drin den Ton. Ach komm, Schönenkeller. Was ist denn ernst? Ach das ist nett, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, willst du mich runterlassen? Ich bin jetzt Level 8. Oh, sie hat einen Mori. Oh, Gott lag nichts. Der war ein netter Kühler und ich bin Level 8. Nein.